Am ersten ist ja schon der erste Part online Harmonie mit der M27 wird knapp Aber ja, die Runde pack ich noch und dann gehe ich punchen Und jetzt hat der Greel holen Nicht so nah, Freakbag Ich bin dran denken, dass ich ihn nur für am Aachen hab Das vergesse ich wirklich oft leider Ja, der hat mich auch gelegt Das muss ich auch machen Die Kamera ist immer Also bei Black Ops würde ich ihn in der Runde gar nicht mehr einsammeln Weil der gar nicht mehr so stark ist, aber der hier Auf der Mac baut der ja alles weg Das ist auch für immer sogar Insta Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott So ist gut Ja Aber woher bin ich denn? Das wäre es gewesen Ehrlich 25.000? Ähm Ich höre es mal einfach so lange bei einem Aachen Ich hoffe mal der ist jetzt nicht Insta Geh, geh zum Aachen Alter Ach, hab ich schon oder was? Geh noch nicht mal zum Aachen, ich werde einfach stehen Oh, das PHD-Flopper Symbol Heftig Das sieht geil aus Ach du Kacke So ne geile Map Geh noch Ja Geh noch Da geht doch Kiri noch Ey, was mach ich denn? Ah, gucken was ich ziehe vielleicht Okay Ab ihn, den Teleporter Und nebenbei... nebenbei einmal aufs Himmel. So. Hempunchen. Ura! Pack-a-Punch! Wo ist das totes Fleisch? Ja, ja, die Langeweile am Sonntag. Äh, ist das nicht... Müsste hier nicht ein bisschen mehr sein, als nur so ein Holzbrett. Komm, geh vorbei. Komm da jetzt runter. Ja, gleich hast du es geschafft. Super. Ich freue mich, ob ich von ganz oben da runter springen kann. Ich will es bloß nicht ausprobieren. Hier ist auch kein Team. Gute Frage, wo der ist. Vielleicht doch draußen. Weil da waren halt schon zwei. Deswegen denke ich mir so, da ist keiner mehr. Ja, ich kann ja eben noch mal gucken. Einmal kurz ganz grob. Den hier am Auto habe ich. Und den da hinten beim Heli in der Ecke habe ich auch. Ich kann noch mal... Boah, es leckt gerade ein bisschen. Ach, hier ist jetzt die Box, okay. Interessant. Mal hier reingucken, aber. Ich weiß nicht, der Kamin, der... So... Oh, jetzt haben wir es geschoben. Der ist irgendwie so andeutend. Ich weiß nicht, warum da so ein Kamin ist. Ja, keine Ahnung. Wenn dann ist da irgendwo so. Wenn überhaupt nicht. Ich muss noch ein bisschen loaden hier wieder ein bisschen reinkriegen. Den train ich jetzt. Dass da Hure ist. Oh, da haben wir nichts. Ich glaube, ein Yook, wenn ich es nicht hier sehe. Und auch noch ein Totweiler. Oh, keine Ahnung. Oh, okay. Nein, ich muss mir einen Affenbeck nicht nehmen. Und den Totweiler war ich nochmal. Was? Wieso schon neu? Ja, du bist schon neu. Ja, ich muss mir einen. Oh, shit. Schau all that, Megasax! Einfach im Dorf hier rumlaufen. Hi, I'm Dempsey. And you are dead? Oh, they're dropping like bad habits. Wir kommen nicht mehr. Achso, es war sogar der letzte. Ja, bald habe ich es. Bald habe ich es. Ah, Hunde-Runde. Das ist eine geschenkte Runde schon wieder. Freakjacks! Oh, das kommt mir einfach nur so vor. Aber irgendwie, also, bei PS3 komme ich besser klar. Also, bei PS3 komme ich besser klar. Das ist eine geschenkte Runde. Das passt alles soundtechnisch. Ich denke mal schon. Ansonsten tut es mir leid. Ich habe es so lange nicht mehr aufgenommen. Da weiß ich das nicht mehr so wirklich, wie mein Mikro eingestellt war, weil ich das einmal umgestellt hatte. Nicht so nah, Freakbag! Nicht so nah, Freakbag, du kriegst die Idee noch nicht mehr! Nicht so nah, Freakbag! Nicht so nah, Freakbag! Nicht so nah, Freakbag! Ah, ah, das war jetzt mal so blöd. Dann laufen wir jetzt in die andere Seite. Oh, nein, ja, die brauche ich. Hauptsache, ich schaffe, endlich, gespielt. Da oben. In der Seite. Ich bin überraschend oder was? Ich mache es mir jetzt ein bisschen weiter. Oh, was fährt euch eigentlich eigentlich? Du bist der Letzte. Glückwunsch. Ah, ne, hier. Ah, ne, das kommt auch noch so. Geht jemand anderes, Freakbag! Naja, es kommt keine mehr. Oder doch, oder nicht? Dann weiß ich es nicht. Ach, war Einzelne, komm immer nur. Ah, okay. So. Okay, ich glaube ich muss Runde 27 noch überleben. Ja, aber das sollte ich schaffen. Ah, ne, doch nicht. Ja. Ich habe es geschafft. Ich bin stolz auf mich. Perfekt, ja, dann könnt ihr das gleich rendern und anfangen hochzuladen. Ja, das war die Custom-Zombie-Map Rise. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, ja, wenn das nächste Video hochlädt. Man kann sogar einen schwarzen Fall spielen. Scheint so. Ich denke mal, es ist so gemeint. Ja. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.